Wer hat ja zugemacht? Achso, ne, das ist eine Wand. Wow. Mann, dass man ja losgeht. Also ich bin hier schon auf Warte auf andere Spieler. An mir liegt es nicht. An mir auch nicht. Warte auch auf andere Spieler. Also sind wir auf jeden Fall nicht allein. Aber warum gerade meine FPS nur bei 150 ist, weiß ich auch nicht. Hm. Was? Alter, Spritzabflug. Ich soll nur. Ich habe eine 60er. Ja, ich habe eigentlich immer so 185, 195. Achso. Ja, Nobel geht die Welt zugrunde, was? Oh, Matsu, bei deinen Videos hast du auch immer 60, 70 oder was? Ja, jetzt habe ich 58, 57, 60. Eigentlich habe ich im Schnitt immer 60. Okay, ja. Warte. Ja. Auch wenn du Videos ausnimmst. Ja, jetzt ist schon vorbei. Ich habe immer 60. Bei mir schwankt das immer zwischen 60 und 70. Ich komme jetzt gerade vor und warte, ich bin gerade am Nachhinein. Willst du mich nicht unterbrechen? Ich habe dem Jungen eine gegeben. Sehr schön. Er klotzte mich so blöd an, nachdem er dich verloren hatte. Da habe ich mich seiner Seele angenommen. Er hat wirklich geklotzt, wieder einen Idiot auf dem Reeperbahn-Video. Hast du ein Problem? Äh, kennst du das? Nicht? Ich kenne nur das typische, äh, so ein Monomer-Video, so Fetty Fotz. Was für Fetty Fotz? Ja, da ist gerade so eine, ähm, so eine Frau, die spricht vor der Kamera. Ich weiß nicht, das ist wie so eine, so eine Moderatorin. Und die sagt so, ja, ich bin hier gerade auf dem Wurstmarkt und bla bla bla, ne, will da halt irgendwas gerade fürs Fernsehen sagen. Und dann kommt da so ein Kerl in die Kamera. Hey, du Fetty Fotz, du Fetty Fotz. Aber der, der redet halt mit jemand anderem und dann guckt er zur Seite und sieht, dass da eine Kamera, Kamera ist und sagt so, oh. Achso. Einfach so, oh, und geht weiter. Hä? Ach, die Raben sind jetzt wegen den Vögeln, äh, wegen dem Hund nur. Wo zieht's uns hin? Wartet. Ach, Gold nur morgen. In Morgenstund hat Gold im Mund. Hm. Ah, oh. Da vorne knallt's auch. Aber meine Vermutung ist ja, dass, ne, dass, dass ja nicht hier mit, nichts mit dem Morgen, also der Tageszeit zu tun hat, sondern der Maßeinheit, ein Morgenland oder so. Ah, würde auch dazu passen, dass hier zwei Getreidefelder sind. Oder drei. Ja, drei. Auf der anderen Seite ist ja auch noch eins. Ein Morgenland. Ein Morgen, also, das ist ja eine Flächeneinheit. Jetzt nicht mehr aktuell. Ach, du meinst jetzt hier im Spiel? Jetzt nicht die Herkunft des Satzes. Nee. Das hat, glaube ich, eine andere Herkunft. Morgenstund hat Gold im Mund. Hm. Ja. Wahrscheinlich haben sie. Oh, hier ist eine goldene Kasse. Oh. Na ja, niggi, nimm, tu. Ach, danke. Ich hab nur noch einen Dollar oder so. Hm. Oh, eine goldene. Und gibt nur 50 Dollar. Es ist eine Blutmarkenkasse, du witzbeut. Ach, das ist... Was? Sie weiß es noch nicht mal zu schätzen. Seit wann gibt's das denn? Sei jetzt mit dem Update. Ja, cool. Wusste ich nicht. Bis halt nur noch heil rauskommt. Ich hab'n Krieg angefangen. Und kaum einen Köder getroffen. Los, kessel die rein. Mist. Jeder darf mal. War zu spät, ich hab mir nichts übrig gelassen. Tja. Wenn ich zu spät kann, muss ich sehen, was übrig bleibt. Oh, fetti Fettfinger. Was? Fetti Fettfinger? Na, ist der Boss? Seh' ich gerade. Ist ein guter, ist ein guter, ist ein guter Mann. Fetti Fettfinger. Aber da vorne sind schon, äh... Ja, da war schon ein Schuss. Tschüss. 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 Aber da müssen wir ja gar nicht hin. Nee. Aber da ist dran vorbei. Wir müssen zum Gefängnis. Ja, schon, sind schon wiederkehrend. Gefängnis. Zum Nicoles Gefängnis. Nikis Gefängnis. Ja, super. Wir haben gerade noch gesagt, da sind Gegner. Und was macht er? Oh. Hallo, ich bin... Ja, aber die gucken ja jetzt zu mir, nicht zu euch. Ja, um zu dir zu kommen, ist es vorbei. Ja, und das ist ihr Tod. Weil sie gucken nur zu mir, rennen, wie die Blöden. Und ihr könnt sie dann schön von hinten erschießen, so wie sich das gehört. Wir gucken gerade in der ganzen... Da vorne, in der Hütte, ist gerade ein Crunt reingelaufen. Immer schön in den Rücken schießen. Ja, ich sehe auch einen Hunter. Nee, das ist ein Fetty. Der ist nach links gerannt. Da war ein Hunter, oder war das ein Zombie? Ja, ja, da ist ein Hunter nach links gerannt. Da ist auch ein Panzer da reingelaufen. Hinter dir ist ein Zombie, oder? Ich komme nicht. Okay. Gott, was hatten die... Die haben dann für ein Scheiß Visier. Ist aber wieder raus. Ja, da ist er dann wieder vorbeigelaufen, an dem Hundekäfig da. Der ist da... Da habe ich... Da drüben, da schleicht einer. Da schleicht einer, in dem Gebäude. Hier hinten auch. Hier hinten war noch einer. Sauber. Und ich schieße als gegen das Scheißgeländer da. Nenn mich schon. Oh, sehr. Nein, nein. Der ist aber außerhalb. Ja, der muss außerhalb jetzt, du. Halte doch später. Ach, Kurwa, der ist bei mir. Aber da ist noch ein Kack-Zombie. Mann. Ich muss mir gerade eine Spritze geben. Hilf mir mal. Ich komm, ich komm. Hab ihn abgestochen. Mann. Habt ihr da... Habt ihr da einen Medik gesehen? Warte nicht. Hey, wo hast du ihn abgestochen? Ehrlichkeit noch? Ja, hier. Possen. Apakat und Mosin. Oho. Oh. Darf ich zugreifen? Ja, natürlich. Ja, da sind aber noch welche... Ne. Ist weiß. Er ist komplett leer geschossen. Der Idiot. Hat nur meine Munition weggeschossen. Der Apakat auch nur noch drei Schuss. Was hatte der andere? Warte mal, lass mal kiezen. Ist der doof? Wie ist das hier zu? Der hat eine doppelläufige Schrot und eine Nagant. Langweilig. Wo jemand noch? Äh, will denn jemand looten, oder soll... Achso. Ich hab nur nicht. Weil den anderen... Ja, dann loote du mal, weil ich hab den anderen gelootet. Oh, ich seh da was viel Leckeres. Was denn? Eine Lootbox. Geil. Was machst du hier? Ein bisschen Gift. Ach, da. Ähm, ja Leute, ich geh schon mal rein. Ich hab ne... Ich hab ne Sticky. Ja, perfekt. Ja, ich auch. Ja, komm dann... Du schmeißt doch eh vorbei. Hey. Nicht bei dem Dick. Der Stengacher bin ich. Nenn mich den Stengacher. Aber ehrlich, mit nichts ist er zufrieden. Ey, Signalfeuer. Ich hab heute schon zwei Kills gemacht. Ja, ich bin richtig stolz auf mich. Cool. Alter, ich hab auch noch lustig, die Bombe. Passt du? Ja, aber er hat mich auch getroffen. Ich brauch Munition. Gibt's doch wo? Oh, jetzt bin ich endlich meiner wöchentlichen Einschrift nähergekommen. Ersten gemessert. Von wie viel? Von zwölf. Okay. Oh. Haben wir kein Feuer mehr. Oh, das ist rot, Leute. Echt? Ja. Mann! Assi-Bolzen hat mir aus dem Weg, Junge. Ich wollte meine Axt nehmen. Ja, wollen wir den dann eigentlich mal töten, oder? Ja, warte, ich hab ne Axt. Ja, ihr habt doch noch ne Haftbombe, oder? Ach so. Ja, danke. Warum sagst du das nicht gleich? Weil ich gedacht hab, du hast es angesagt, dass ich rausgehalten habe, krass. Nee, ich bin doch vergesslich. Mann. Ey, ich hab sie Mann geheftet, Alter. Wieso läuft der hier noch rum? Jetzt hab ich meine Axt verloren. Ah, der ist durch die Erstickungsbombe dann geraten, dann ist er ausgegangen. Was hast du zu mir gesagt? Weiß ich nicht. Warte, komm mal her. Du triffst da eh nicht? Ich hab ihn ja getroffen. So. Jetzt geh weg. Geh weg. Das aktiviert nochmal. Mann, ich wusste hier. Ich hab keine Munition mehr. Ja, wenn jetzt der Gegner kommt, dann bin ich... Wer hat mir zu ihm? Ach so, ne. Das ist ne Wand. Wow. Alles klar. Ich hab... Ich hab doch schon Eukalyptusbonbons genutzt, aber ich wusste immer noch, wieso... Ah, jetzt. Da läuft doch einer auf dem Blech rum. Wart ihr? Oder wer war das? Ne, wir waren das nicht. Ne. Ich auch nicht. Sicher, dass der andere... Dass die anderen doch nicht zu dritt waren? Ja, da ist doch gerade einer dabei. Der Hit verpasst. Hat nen Hit. Der ist reingerannt in den Bossraum. Gut. Sehr schön. Hast du die Schrotflindel von ihm aufgerufen? Ne, will ich mir jetzt machen. Hä? Bist du mit der Schrotflinde ins Spiel gestartet, weißt du? Ja, ich hab ja gerade gefragt, hast du bei dem anderen die Schrotflinde... Ne, er hatte die Schrotflinde und hat auf mich geschossen. Ach so. Ja, warte mal, hat jemand die Moosin vorhin auch? Ja, aber die hab ich jetzt hingelegt, weil ich die Schrotflinde genommen hab von ihm. Ah ok, alles klar. Die Moosin hatte eh keinen Schuss mehr. Ja. Also war er jetzt nicht von dem anderen Team, oder? Schwer zu sagen. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Ich brenne den jetzt an. Ja. Guck mir was. Brauchst du Fackeln? Hier stehen Fackeln ohne Ende. Na, ich hab was gefunden. Zu spät. Den kann doch noch jemand looten. Ja. Na gut, dann leg ihn looten. Ok. Brauch eh kein Geld mehr. Ich hab glaube noch 8.000 und bin schon Level 93 oder so. Ne, der gehörte nicht zu denen, die liegen da. Hm. Schon wieder ein Solo-Spieler oder was? Ja. Ja gut, um die Uhrzeit. Ich mein, du kriegst ja allein schon 500 Punkte, wenn du Solo in 3 reingehst, ne? Naja, aber er hat ja nichts gerissen. Da ist er ja. Ja. Aber er bekommt trotzdem einen Bonus dafür, dass er für 3 Spieler zulassen nicht reingeht. Ne, echt? Da muss er wieder rauskommen, sonst gibt's einen Bonus nicht. Ja, klar. Was ist denn das für ein Scheiß? Du kriegst... Ich weiß nicht wie das heißt, aber... Kriegst du auf jeden Fall. Ja, du... Ich mein, es gibt ja viele Farmer, die sind grad nachts online, die gehen einfach rein. Und, äh... Ich glaube, das kriegst du nur, wenn du lebendig auch wieder rauskommst. Ne, du kriegst ja dann auch Hälfte der EP und... Aber die Hälfte der EP ist dann höher, als wenn du gegen du spielst. Ach so? Mhm. Hier ist... Okay, ich spiel nicht mehr mit euch. Was? Ich mach jetzt meine Solo-Trios. Machst du Solo-Karriere? Nies! Ihhh, da kam doch Rotze mit. Ja. Bis hierher. Böööö, wisch mal auf. Ich glaub, das hängt jetzt in meinem Mund an. Ich bin der Einrichtung. Guck mal. Ich rotze nicht durch die Nase, wenn ich niese. Oh ja. Auf 315... Auf 315. Ach, ich... Wenn mir tränen nur mal die Augen, oder? Mehrere. Ja. Was, 315? Mhm. Ja. Dann hol ich mir meine Mosin doch... Ne, den haben... Ah. Ich hab's gesagt. Wollt mal krass gucken. Holt sich jemand noch die Bounty, falls von denen jemand Schlange hat, oder so? Ja. Und hier hab ich nen Medikit gesehen irgendwo, ne? Ah, ich hab schon meins benutzt, Jens. No. Hier. Ach, Scheiße. Die Mosin zählt, weil wir den angefackelt haben als abgebrannt. Ja. So'n Scheiß. Na, ich guck mal runter. Also du... Stehst du nicht gefährlich da. Nö, 315. Ich kann ja schnell wieder reingehen. Ja, einer hat ne Springfield. Oh, oh, oh. Shit. Hier auf der Seite sind auch welche. Geh da doch nicht raus. Wir suchen den Kampf. Ja. Ja. Ja, aber doch nicht auf so nem dünnen Steg. Nein! Ich wollt grad abdrücken. Der hockt im Maisfeld. Mhm. Jetzt haben wir die Arschkarte. Kann ich dich looten, wenn du ganz schnell wieder reingehst? Ja. Bin ja direkt an der Tür. Ah, der ist direkt unter dir? Einer ist unter mir. Mhm. Es ist so schräg unter dir. Grend rein. Wo war jetzt das Medikit? Jetzt bin ich interessiert. Mein Boss, im Bossraum. Hast du schon gefunden? Nee, ich such... Ah, ja doch, hier. Dieser Lümmel. Hock da ganz seelenruhig. Ja, ich find halt diesen Compound und dieses Gebäude mega beschissen zum Kämpfen, ne? Ich find's mega geil, weil ganz überall rein und raus. Ja, eben. Die Gegner auch. Die kommen hier. Haha, die haben eine Hive-Bomb gefunden. Brennen die aufs Blech? Nee. Das mach ich. Einer ist in dem weißen Gebäude, glaub ich. Ich hab dem Nahid verpasst. Mhm. In dem weißen Gebäude. Es ist hier, oder was? Ja. Ja. Ja, der hat sich grad geheilt. Ach, Kurwa. Hat nen Hit. Ist tot. Einer ist hinter dem Gebäude. Nee, einer ist noch in dem Gebäude drin, glaub ich. Ja, der hat grad die Tür zugemacht, die beiden. Alter, jetzt spring hier rüber, du fuck. Alter, scheiß, Mann. Oh, ich wollte grad auf dich schießen. Ja. Matze, der hat nen Hit. Äh, das sind noch rechts und links, Leute. Und bei mir ist auch hier irgendwo einer, ich komm runter. Machst du die China-Tusse? Möcht ihr euch auch schossen? Möcht ihr euch auch schossen? Möcht ihr euch auch schossen? Ja, gut. Die stand genau zwischen den beiden Türen. In der Ecke. Nikki, pass mal auf. Das sagt keiner. Hinter, hinter dem Haus. Okay. Zwei Leute und links im Haus. Immer noch. Also. Warte, ich hab nur noch eine Sekunde. Du kannst dann looten. Ich guck nochmal. Ne, einer ist da oben. Ne, einer ist da oben. Da oben ist einer. Da muss man den auch noch holen. Den meint ich links. Und aber hier hinten war auch noch einer 300. Ne, da läuft einer oben auf dem Blech. Das war der, der ist da hochgeklettern. Ich, ich loote mal eben kurz, ja? Ja, ja. Loote alle. Guck nochmal. Ja, der ist jetzt wieder da hinten. Da. Wollen wir mal pushen? Ja. Da. Hat nen Hit. Nochmal. Ja. Der ist immer noch da die Richtung, geradeaus nach hinten. Hier hinter dem Erdrücke. Da hinten. Der ist da hinten. 345. Der ist mitten auf der Wiese jetzt. Ab. Ah, ich seh ihn. Alter Junge, geh ich ab heute hier oder was? Oder geh ich ab? Ja dann. Springfield. Ich guck noch einmal meine letzte Sekunde. Steh nix. So, wer will noch nicht? Wer hat schon mal? Lootet, damit ihr auch aus Sicht kriegt. Komm mal zum Loot sehen. Du hast die heute. Hey, ach. Ich hab genug. Ich hab genug. Ja, man muss ja jetzt erstmal die anderen Leichen hier ab. Ja. Abgammeln. Oh, dann kriegen wir die 50 Flugmarken doch noch sicher aus. Da ist Munition. Da ist Munition. Oh ja, Munition nehm ich. Habt ihr grad... Was denn? Oder war das die Muni-Kiste, die sich grad... Muni-Kiste dann. Okay. Das hat sich wie ein Querschläger angehört. Also der hier ist abgebrannt. Ich schieße den Uppercut auch auf sehr kleinen Algony, muss ich sagen. Das ist auch so ne Waffe, die mir sehr viel Spaß macht. Mir auch. Deswegen versuche ich immer so schnell wie möglich den Fett zu tun. Ich finde, die Fett zieht sich halt so. Naja, du musst das halt wissen halt. Das ist... Ja. Du kannst schon auf Head zielen und dann abdrücken, dann kriegt er schon sein Head. Ja. Bloß, wenn du nachschießt, dann... Was sind denn die ganzen Leichen? Na, hier muss... Einer liegen, oder? Hier liegen zwei. Achso, den haben wir schon gelootet vorhin. Hier liegt einer. Hier. Die China-Tussi. Ach, die liegt hier hinten. Dann... Da war einer da vorne. Den habt ihr gleich auch schon gelootet. Ja. Das ist die letzte, die fehlt. Oh, die hatte ne Mosin. Darf ich? Ja. Ja, nimm. Yeah. Was hatte der andere da hinten, den ich dahinten abgeknallt habe, hinter dem Hügel? Springfield. Das bin ja so scheiße. So, ich hab jetzt wieder zwei Sekunden. So, dann können wir raus, hm? Ich auch. Ich schmeiß das Ding weg. Warum? Das kann man ewig halten, oder nicht? Ne. Was hat er gehabt? Eine Feuerbombe? Ja. Geht die dann auf einmal los, oder was? Wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht. Ich hab's noch nie probiert. Das hab ich noch nie erlebt. Es zischt ja, also... Ja, aber was soll da passieren? Dass die Flasche in deiner Hand explodiert. Könnte ich mir vorstellen. Du kannst da mal testen, wir retten dich auch ganz sicher. Ich hab sie ja grad ganz schön lange schon gehalten. Ja, ja, aber du musst sie ja an der Hand halten. Nächstes Mal halt ich sie noch länger. Okay. Geh mit der Sache auf den Grund. Alles klar. Ja. Warte, ich seh sie. Da ist noch ein Dicki. Warte, hab ich was zum Sprengen? Ja, ja, nein. Das ist meine Hand. Was? Deiner? Nein. Ja, dann... Hau weg. Warte, hier hätt sie sich verstecken müssen, als hätt sie aufs Klo müssen. Der Klo stängt auch. Ja. Ja. Stille, Lötchen. Ja, aber die haben ja... Wahrscheinlich haben sie die Sicht genutzt, weil sonst hätten sie ja gar nicht, äh... Er ist sie? Ja. Ey, die alter. Die hat 3 mit einem Uppercut gekriegt. Hartnäckig am Leben. Was? Hartnäckig am Leben. Achso. Doktor Eifold, Junge. Was ist denn da für eine Versammlung? Das ist doch ein Versammlungsverbot. Äh, er macht halt einfach rum, ne? Neh, wir echt störens. Keine Gegner. Ey, jetzt wollte ich gerade schießen. Man hat's nur mit gestörten Leuten zu tun. So. Ey, pass auf, ich hab nur noch 100 verstanden. Ja. Ich bin zweimal verrückt. Achso. Weil du nicht verrückt bist. Ja. Irgendeiner muss ja immer sterben. Du warst wieder der Quotensterber. Und ich war's nicht, oder? Ja. Sieben Kills. Geil. Ja, siehst du. Also, insgesamt. Und wie viel hab ich davon? Vier. Vier. Und eine unterstützte. sweeping-v Aí. Vier. Versen Sie, ins Богste.